So, Micha ist heute in der Eierschale. Das ist ein kleines Bikercafé in der Nähe von Ardendorf. Ja und ich stelle mich da mal hin. Heute ist er Vatertag. Mal gucken, das Wetter ist nicht so schön, aber vielleicht kommen ja ein paar Bikes. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2017